Alter, sieht das beendet aus. Warte, bleib mal stehen. Warte. Oh. Hallo. Hallo. Komm an deine Augen. Plupp. 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 Jo, meine Pros. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skywars mit dem Profi. Ja. Gut, hab ich gedacht. Jo, hab ich. Willkommen zurück. Wir spielen TSGO, wie man sieht. Ja. Mit Minecraft Grafik. Ja man, weil das echt geil ist. Du bist weg. Da bist du. Hä, wo du bist? Die haben neue Joint Lobbys gemacht, guck hier. Hier ist Teaming, not allowed. Und Teaming is allowed. Komm hier. 10 von 12, schnell. Ah ne, komm 33. Ja, bin schon. 10 von 12. Ich bin 33. Ja gut, dann fang nicht, warte. Warte, warte, bleib drin. Jetzt voll, glaub ich. Ach hier. 16. Wie willst du dich inviten? Doch, jetzt kann man hier seinen Teampartner. Nein, 16. Hä? Okay. Jetzt können wir äh... Freund inviten. Echt? Ja. Klick auf deinen Kopf. Und jetzt hab ich dich... Successfully invited. Ja. Teaming proper. Nice. Nice. Ich glaub, jetzt bauen wir zu zweit auf der Insel, oder? Boah, haben wir... Boah, voll geil, Alter. Neues Update. Haben die rausgebracht. Perfekt für die Aufnahme. Finde mich. Boah. Hallo. Siehst du mich? Siehst du irgendwie anders aus? Oh, guck mal. Siehst du irgendwie anders aus? Oh, guck mal. Das ist kein Cape, oder? Ja, man schwert nice. Nice, Mann. Oh, kein Verzuhand. Die, 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 die. Oh, shit, ich hab ein Herz weniger. Nice. 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 Okay, das blende ich jetzt extra ein. Echt? Ja. Nice. 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 Ja, okay, man treibt halt richtig. Nice. Einer hat wenig mehr. Oh, Herzab. Juhu. Boah, wieviel Herz nicht hat man denn? Nice. Sollen wir ein bisschen in die Insel sprengen? Boxnager. YOLO. Oh, ich hab einen Diamanten freigesprengt. Nice. Nice. Hey, Digga. Die haben auch keine Dias auf der anderen Insel abgebaut. Guck mal, hier, guck hier. Hier. Ich hab noch paar Diablöcke, die ist hier. Hier. Was? So. Guck mal, siehst du die zwei Diablöcke da unten auf der Insel, die er gleich abbauen kann? Alter, liegt hier nichts drauf. Jo. Warte, warte, ich komme. Schön. Ah, der hatte nichts. Okay. Ich versuch mal, die Blöcke da unten abzubauen. Da ist noch einer, da ist noch einer angesetzt von der Tote. Ist denn keiner auf der Insel? Nice. Was steht da in der Mitte? Beide sind da. Die sind auch voll dir. Auf. Nice, gut. Gut. Oh, da kommt einer. Ich hab einen. Ich hab einen fast down. Ich hab einen fast down. Hab einen down, glaube ich. Warte. Immer noch auf den anderen. Nein, ich bin fast tot. Ich hab Goldafel gegessen, warte. Ich bin echt tot. Scheiße, Mann. Der eine ist aber richtig, richtig low. Der muss zu töten. Den hab ich zehnmal gehettet oder so. Ja, der ist tot. Hinter dir, fahr auf. Oh, ne, oder? Wie viel Herzen hat der da? Weiß ich nicht. Ich hab den einen runtergekickt. Ich hab den so 15 mal geschlagen oder so. Alter, bin ich behindert. Alter, bin ich behindert. Alter, bin ich behindert. Oh, yo, ich hab fast das Jump- Oh, yo, Alter, bin ich behindert oder was? Oh, yo, guck mal, wie weit ich bin. Oh, yo, ich schaff das fast. Was? Das Jump-Run. Was? Guck mal, wie weit ich bin. Ich hab's Jump-Run geschafft. Wunder. Oh, letzter Sprung. Ich hätte den letzten Sprung fast verkackt. Yay. Oh, ich bin der King of the World. Motherfucker. Oh, yeah. Und ich hab jetzt im Lesen, in dieser Runde Musik gerade. Mach ich aber jetzt mehr raus. 3, 2, 1, jetzt. Pfff. Okay. Was, ey. Guck mal hier. Wunden jetzt ein Loch. Wow. X-Ray. Ich hab, komm mal her, komm mal her. Ich hab auch einen Dia gefunden. Komm her. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ruhig. Komm her, komm her, komm her, komm her. Hauptsache der Dia ist nicht weg. Komm her, komm her, komm her. Warte, warte, ich will den Dia abbauen. Und... Ja, natürlich. Du Dia hast. Warum nicht? Oh, du Missgeburt, Alter. Komm mal mit. Okay. Wir haben einen Dia holen. Nice. Nice. Oh, ich hab einen Heel pushen. Nein, 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 nein. Oh, noch zwei Dias gefunden. Oh, Dia Brust. Oh, Lakshu. Oh, Dia schwer. Nice. Hier, die Eisenast liegt da vielleicht. Oh, ich hab auch einen Dia. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Bruh. Wer hat da das Loch hingemacht? Das war nicht du, oder? Das war nicht du, oder? Doch. Guck mir, du bitte. Oh, Junge, Mann. Ich hatte so keine Sachen. Ich wollte gerade das... Ja, aber du... Also, wenn diese keine Perspektive sehen will, schaut jetzt mal proper vorbei. Wir machen noch eine Runde. Ja. Ja. Wie du dich einfach runterfallen lässt. Nice. Hast du auch geschafft. Ja. Congrats, you are all the bestest. Hä? Ich sag's dir, du fällst diese Runde... Wenn du da oben bist, dann fällst du diese Runde runter. Das ist ein schlechtes Omen. Guck jetzt. Bam, 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 bam. Wie soll ich das... Okay. Ich hab auch einen Dia. Ey, kann das sein, dass hier richtig viele Dia sind? Wow. Ein Steiner. Ich sterbe. A-Retard Alert Oh ich hab' Dia gewonnen der war genau rechts neben uns gib mir die Dia schule das war mein Dia alter das war mein Dia Oh ich hab noch ein Dia gewonnen äh also Dia Block Oh ich hab noch ein Dia gefunden Juga, geh weg man, hör auf die ganze Zeit mal den Dia abzustouben, alter Wer will ich jetzt runterfalle, ne? Dia Brust Ja ich hab sie, yay Versuch du Kuchen gibt uns die Stärke Sollen wir gehen? Pass auf, erschieß dich ab Sollen wir wieder auf die drauf Zuerst auf Die hat mir 7 Herzen mit einem Engstrank getrunken Ey, ich komme, ich komme Ich bin tot, der hat 3 Hits kassiert Fuck, alter Was? Was von wegen, man Ich hab ihn 5 mal mit dem Dia schwert gehitten Mindestens Ja der war auch voll Dia, alter Ey, was nixer Ja und trotzdem, alter wie viel Das ist voll die Kack Map, man Jetzt echt mal Nach ne Wunder Wir haben schon eine fucking Pokémon Kugel Okay Okay Pfff 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 Huiii Pfff Hehehe Oh, zwei Dia-Blöcke Geil Pfff 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 Bring luck Pfff Oh nein ein ich hab mir bekommen wir haben auch in die Uhr noch die mit an der Uhr ich kann in die Europäer da jetzt die erste Zeit es ist ja nicht sein 17 Sekunden Pro was? komm her, komm her bitte wo ist denn die rockbench hier? auf der map? so, ich mach mal zwei dia-schwerter, ok? korrekt ok komm, da ist schon ein team, das relativ gut ausgerissen ist eisenbotspanzer für dich, wenn du brauchst aber da, die bauen sich schon in die Mitte da ist nur einer, der voll eisen ist eisenbogen? hä? und die hier nichts? lol, die haben hier nichts NEIN! nee, oder? ey, nein ey, nein what the fuck? oh, nein nein das wird so ein best of machen jetzt, aber was best of fail, alter wirst du lol, guck mal, hier sind vier tierblöcke hecker da wird nicht ein schwert oder ein bus wenn es rauskommt, ich sag's dir doch, da war schon dirhose und ja, jetzt nicht mehr, guck, da wird eine Axt drin sein oh, mongo, mongo grad hier ist gerade runter ist gerade runter, drei blöcke, dann kommen dir nein man, ich geh jetzt in die Mitte doch, doch mach, du kriegst dir lol und schon wieder ein tier schwert auch schneller viel schneller, schneller noch, noch jetzt auf, go, 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 go wo sind die? rechts, jetzt rechts einer wer mit holt lol ja, ja, wahrscheinlich freilich freilich so eine missgeburt, alter hab nice schütt board, sir and play sit sit and play ja, glaubst du, wenn er schafft, dann spring von aus dem Kopf drauf, da oben ja na gut, du hast geschafft äh krass krass ok wow, wisch krasse Sachen ja, wisch, ich, ich, boah, alter hab ich mich verschreckt, jünger hä, was sind noch? da ist noch eine Kiste pass auf, da ist er an deiner mitte hier hat auch nichts ja, natürlich claust du mir schon wieder den kill, man wer von one hit oder so ja, was, ja, mit holt ja hier ist Verzauberer nein, nicht fass auf Verzauberer da ist noch einer da ist noch einer nein, das hab ich Team-Mamage gemacht ja, ich schwör sogar ich hab den Helm für dich ich lass den Helm auf, oder? ich hab keine Brust aber einmal für dich ich hab keine Brust hier ist noch eine Kiste oh, Mann Goldapfel oh, lol, hier ist einer ich hab heißes Herz, heißes Herz, heißes Herz heißes Herz, heißes Herz unten, 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 ich laufe im Kreis komm, ich komm, ich komm, ich komm ich komm, ich komm Mann, du kommst immer zu spät, Mann oh oh, retard alert retard alert pass auf, der kommt, der kommt, der kommt er kommt, lol was? er hat Killhauer er kommt schon an dich so gelaufen er hat zwei Schläge gegeben zwei Schläge mit Steinschwert auf jeden Fall eher als ob, alter hat der jetzt nicht gemacht, oder? hat der jetzt nicht gemacht, oder? so, das war's da seht ihr wieder wie gut wir uns in will Francisco sagen in Skywars anstellen danke fürs Zuschauen ja, ich denk mal Mittwoch machen wir eine richtige Folge für Mittwoch, also für Mittwoch ja und tschüss tschüss das